Nun riskierte ich einen kurzen Blick nach hinten. Die Gardisten und Templer auf der anderen Seite hatten mit den Quallern aus den zwei Gängen noch härter zu kämpfen als wir. Die Qualler, die von der Decke gekommen waren, waren allesamt tot und lagen nun zwischen den Männern. Sie hatten jedoch auch einige Gardisten und Templer mit in den Tod gerissen. Viele Gardisten liefen panisch kreuz und quer. Einige hatten sogar die Waffen fallen lassen, doch fliehen konnten sie nicht. Die Qualler versperrten den Weg. Ein starker Schmerz durchzuckte meinen rechten Arm. Ich hatte mich einen Moment zu lange umgedreht und war von einer Qualler-Zange getroffen worden. Vor Schmerz ließ ich mein Schwert fallen. Bedrohlich mit seinen Zangen klickend kam der Qualler näher. Ich packte die Fackel, die ich in der linken hielt, mit beiden Händen und rammte sie dem Qualler in die großen Facettenaugen. Das Tier stieß einen schrillen Schrei aus. Ich tauchte unter den wild, umherschlagenden Zangen des geblendeten Insekts hinweg und griff nach meinem Schwert. Dann schnellte ich nach oben und schlug mit aller Kraft auf die linke Zange des Quallers ein. Die Zange fiel zu Boden und gelbliches Blut schoss aus dem Stummel. Abermals schrie der Qualler auf. Ich bohrte mein Schwert in seinen Bauch und gab ihm so den Todesstoß. Ich blickte kurz auf die Wunde an meinem Arm. Sie war schon wieder dabei zu verheilen. Mildens Ring wirkte. Dann traf mich ein Qualler, der von einer Windfaust weggeschleudert wurde, mit voller Wucht und warf mich gegen die Wand. Ein Gardist rammte sein Schwert durch die Stirn des Quallers, der tot liegen blieb und mich gegen die Wand drückte. Verzweifelt versuchte ich mich unter dem toten Insekt hervorzukämpfen. Als ich es endlich geschafft hatte, sah ich, dass auf dieser Seite des Ganges nur noch vier Qualler übrig waren. Doch auf der anderen Seite schien es nicht weniger geworden zu sein und einige hatten sich weit vorgekämpft. Viele Gardisten und Templer waren bereits gefallen. Nicht weit von mir wurde Askan von zwei Quallern an die Wand gedrängt. Er versuchte verzweifelt sich zu wehren, wurde jedoch immer weiter zurückgedrängt. Ich packte mein Schwert fest mit beiden Händen und stürmte auf einen der beiden Qualler los. Ich sprang auf den mächtigen Hinterleib des Tieres und rammte mein Schwert in diesen hinein. Der Qualler schrie wütend auf und versuchte mich mit seinen Zangen zu erwischen. Ich achtete jedoch darauf, nicht in ihre Reichweite zu kommen. Stattdessen zog ich mein Schwert mit einem Ruck aus dem Hinterleib des Quallers und schlug auf seine Beine ein. Nach drei Schlägen war sein linkes Hinterbein abgetrennt. Der Qualler knickte zur Seite und ich hackte auf das rechte Hinterbein ein. Wie wild schlug der Qualler um sich. Als ich schließlich das hintere Beinpaar und eines der mittleren Beine abgeschlagen hatte, gibte der Qualler endlich zur Seite und rollte davon. Ich kümmerte mich nicht weiter um das Insekt, sondern lief zu dem anderen Qualler, der sich nun thront über dem am Boden liegenden Askan aufbaute. Der Gardist hatte sein Schwert verloren und kroch nun ängstlich rückwärts, stieß dabei jedoch gegen die Wand. Das gewaltige Insekt hob die Zangen zum Todesstoß. Als ich es endlich erreichte und ihm mein Schwert in die Seite rammte, wütend fuhr der Qualler zu mir herum. Doch ich duckte mich unter dem Schlag seiner Zangen hinweg und stieß mein Schwert in den Leib des großen Tieres. Doch dieses erwischte mich mit seiner Zange und traf mich so heftig, dass ich davonflog, während mein Schwert noch immer in seinem Körper steckte. Der Qualler krabbelte auf mich zu. Ich ergriff den Dolch, der in meinem Gürtel steckte, rollte mich zur Seite und rammte ihn in den Bauch des Quallers. Während dieser noch aufschrie, zog ich mein Schwert wieder aus ihm heraus und schlug damit eine riesige Wunde quer über seinen Bauch. Eine Welle gelblichen Blutes überschwemmte mich, doch der Qualler war tot. Ich stürmte zu Askan und half ihm auf. Danke, sagte er und nahm sein Schwert. Du hast mir das Leben gerettet. Das nützt dir gleich nicht mehr viel, sagte ich mit Blick auf den Kampf. Wir haben so keine Chance, wir verlieren. Das war nicht gelogen, es waren nur noch eine Handvoll Gardisten übrig. Drei von ihnen kämpften verbissen, wurden jedoch immer weiter in einen der beiden Gänge zurückgedrängt. Die restlichen lieferten sich immer noch in unserer Nähe einen Kampf gegen die Qualler. Zwei hatten offenbar versucht zu fliehen, waren dabei jedoch getötet worden. Die Templer, von denen noch etwas mehr übrig waren, hatten mitten im Gang einen Kreis gebildet. Sie standen nun Rücken an Rücken und verteidigten sich mit ihren Klingen und Spruchrollen gegen die Qualler, die sie fast vollständig eingekreist hatten. Und? Was sollen wir deiner Meinung nach tun? brüllte Askan und packte sein Schwert mit beiden Händen, da schon wieder ein Qualler auf ihn zukam. Wir müssen den Rückzug antreten, rief ich, während Askan die Zangen des Quallers mit seinem Schwert abblockte. Ich stach mein Schwert in den Qualler. Das bringt nichts, rief Askan. Dann überschwemmen die Qualler nur die ganze Miene. Nein, da unten ist Drago. Er kann sie aufhalten. Der Qualler sank tot zu Boden, von unseren beiden Schwertern durchbohrt. Askan seufzte. Also gut, du hast recht. Wenn wir hierbleiben, gehen wir drauf. Er rannte um den toten Qualler herum und donnerte. Rückzug! Die Gardisten ließen sich das nicht zweimal sagen. Wer dazu in der Lage war, floh. Die Templer blieben standhaft in ihrem Kreis stehen. Diese Fanatiker würden lieber sterben, als zu fliehen und damit ihren Auftrag nicht zu vollenden. Lediglich ein Templer löste sich aus dem Kreis und rannte in Richtung Ausgang. Verräter! rief ihm Gornathot nach, über dessen Brust sich eine riesige klaffende Wunde zog. Möge der Schläfer dich bestrafen! Einer von uns wurde bei der Flucht von Minecrawlern getötet. Doch die meisten schafften es an den Quallern vorbei und rannten jetzt den Gang entlang auf die Mine zu. Sofort setzten uns die Qualler, die nicht gegen die Templer oder die drei Gardisten, die in einen der Gänge gedrängt wurden waren und uns nicht folgen konnten, kämpften nach. Einer der Gardisten, welcher schwer verletzt war, knickte im Laufen ein und wurde von den Quallern regelrecht überrannt. Wir anderen rannten ohne anzuhalten weiter. Vor uns sah ich schon das Licht der Mine. Im nächsten Moment hatte ich das Tor passiert. Doch ich hörte nicht auf zu rennen. Erst als ich das Ende des kleinen Nebenstollens erreicht hatte, mich kurz umzudrehen. Bis auf den Templer hatten alle, die die Flucht überlebt hatten, bereits das Ende des Nebenstollens erreicht und rannten weiter in den Hauptschacht. Dicht hinter dem Gardisten, der die Nachhut bildete, strömten schätzungsweise 50 Minecrawler aus dem großen Tor und ergossen sich in den Nebenschacht. Sofort nahm ich wieder die Beine in die Hand und rannte weiter in den Hauptschacht. Wo war nur Drago? Nun rannten auch Butler und Gardisten, die sich auf dieser Ebene des Hauptschachtes befunden hatten, um ihr Leben. Gach Luke! Gach Luke! brüllte der Orksklave angsterfüllt und rannte davon. Schon waren die Qualler in den Hauptschacht eingedrungen und hatten den ersten Butler erwischt. Einer der Gardisten, die es aus dem Nest geschafft hatten, erlag direkt hinter mir seinen Wunden und dem Qualler-Gift und brach zusammen. Es sah alles danach aus, als hätte ich die Mine ins Verderben gestürzt. Dank mir waren die Qualler hierher gekommen und nun würden wir die ganze Mine räumen müssen. Doch plötzlich erfüllte ein seltsames Rauchen die Luft. Ich blickte nach oben. Funken schienen an der Wand über uns hin und her zu tanzen. Dann plötzlich flogen Funken und Feuerbälle zu Boden. Überall tanzten die Funken und der mächtige Feuerregen setzte alles in Brand, was er traf. Rötlicher Rauch wapperte über den Boden und in der Mitte all dessen stand Drago. Die buschigen Augenbrauen vor Anstrengung zusammengezogen. In den Händen hielt er einen matt, bläulich leuchtenden, quaderförmigen Stein auf, den ein seltsames Symbol gemalt war. Mit beiden Händen stemmte er den Runenstein über seinen Kopf und erzeugte so den Feuerregen genau vor dem Eingang des Nebenschachtes. Die Qualler kreischten. Kaum wurde einer von ihnen von einem der herabfallenden Feuerbälle getroffen, verwandelte er sich in ein wahres Flammenmeer. Kein Qualler kam mehr als fünf Meter aus dem Nebenschacht heraus. Sie alle liefen in den Feuerregen und verbrannten. Es war ein beeindruckendes und furchteinflößendes Schauspiel. Einige Minuten standen wir nur da und sahen zu. Dann wurde der Feuerregen langsam schwächer. Drago verstaute die Rune in einer Tasche an seinem Gürtel und zog eine zweite heraus. Nun zogen wir wieder unsere Waffen. Ich nahm meinen Bogen und schoss auf die Qualler. Die Gardisten taten es mit ihren Armbrüsten gleich, während der Templer seine Spruchrollen benutzte. Inzwischen waren weitere Gardisten herbeigeeilt und hatten das Feuer auf die Qualler eröffnet. Drago hatte die Hand, in der er die zweite Rune hielt, inzwischen in Richtung der Qualler gestoßen. Eine gewaltige Flammenwelle schoss in ihre Richtung. Wei, Schäd, ausgeburten Belyas, donnerte der Magier. Stetig marschierten wir vorwärts, während die Qualler immer weiter zurückwichen und Drago sie mit Zaubern beschoss. Erst vertrieben wir sie aus dem Hauptschach, dann aus dem Nebenstollen. Dann drängten wir sie in ihre Gänge zurück. Die zurückgebliebenen Gardisten und Templer waren wie zu erwarten alle tot. Ich warf einen kurzen Blick auf Gornathods Leiche, die von einer Qualler-Zange durchbohrt worden war, bevor ich weiter auf die zurückweichenden Qualler feuerte. Bald schon waren wir weiter, als wir bei unserem Kampf zuvor gekommen waren. Dann und wann wurden wir von Quallern aus Seitengängen angegriffen. Doch diese hatten uns nun, da wir die restlichen Gardisten aus der Mine und vor allem Drago bei uns hatten, nichts mehr entgegenzusetzen. Wir merkten deutlich, wie die Zahl der Qualler immer weiter abnahm. Dann gelangten wir in eine riesige Höhle, das eigentliche Nest. An den Wänden türmten sich kleine Hügel aus völlig runden, grauen Steinen ungefähr in der Größe eines menschlichen Kopfes auf. Überall liefen Arbeiter der Main-Qualler herum. Diese hatten nur die Größe einer kleinen Kuh und waren nicht ganz so furchteinflößend wie die Krieger. Die Arbeiter trugen die grauen Steine in der Gegend herum. Doch was mein Blick auf sich zog, war das Geschöpf in der Mitte der Höhle. Der Oberkörper glich im Wesentlichen dem der Arbeiter, auch wenn er größer war. Doch der Hinterleib war so gigantisch, dass sich die Kreatur nicht einmal bewegen konnte und ihre Beine nutzlos in der Luft hingen. Aus einer Art Schlauch am Ende ihres Hinterleibs kullerten die grauen Steine und wurden dann von den Arbeitern weggetragen. Natürlich hatte ich längst begriffen, was das hier war. Das riesige Geschöpf vor uns war die Königin der Main-Qualler und die grauen Steine waren die Qualler-Eier. Eine Weile sahen wir gebannt, dem Schauspiel zu. Selbst Drago ließ für einen Moment seine Rune sinken. Dann mussten wir wieder den Kampf mit den letzten Kriegern aufnehmen. Als die Krieger tot waren, fielen wir über die Arbeiter her und Drago beförderte die Königin mit einem Feuerball in Belias Reich. Chlorreiche Rückkehr Die Überlebenden, das heißt der Templer, dessen Name Gornaran war, Askan, der Gardist, Ori und ich verließen das Nest zusammen mit einem wutschnaubenden Drago und ließen sich bei Ulberts Lagerschuppen mit Heiltränken versorgen. Unterdessen töteten die Gardisten, die erst mit Drago zum Kampf gestoßen waren, die übrigen hilflosen Arbeiter und sicherten die Nebenhöhlen und Seitentunnel des Nestes. Hier und da gab es sicher noch kleine Scharmützel, da einige Minecrawler Krieger den Kampf überlebt hatten, doch diese stellten nun keine Bedrohung mehr dar und sollten in den nächsten Tagen immer weiter zurückgedrängt werden. Ich war so erschöpft, dass ich mich ziemlich schnell schlafen legte, um mich erst einmal auszuruhen. Am nächsten Tag machte ich mich gemeinsam mit Gornaran, Ori, der nach dem Kampf die Erlaubnis bekommen hatte, wieder ins Lager zurückzukehren und einigen Butlern, die ausgetauscht werden sollten, auf den Weg in Richtung Altes Lager. Die Butler zogen einen großen Karren voller Quarler-Eier. Denn wie wir festgestellt hatten, enthielten die Eier erstaunlich viel des von Korkalom benötigten Sekrets. Vor dem Tor verabschiedeten Ian und Askan sich von mir, bedankten sich noch einmal überschwänglich und gaben mir einen großen Sack Erz als Belohnung. Bei Innos unpolierter Glatze. Das hast du dir redlich verdient, sagte Ian strahlend. Außerdem scheint das Quarler-Nest eine wahre Goldgrube oder eher Erzgrube zu sein. Ich kann es kaum erwarten, alle Adern dort zu erschließen. Komm, es wird ganz aus dem Häuschen sein. Ich schätze, dann gibt's auch endlich eine Gehaltserhöhung. Auf dem Weg zum alten Lager passierte nichts Nennenswertes. Wie alle Konvois hatten wir den schnelleren Weg durch den Wald genommen. Im Lager angekommen, wurde der Karren vom Burgtor abgestellt. Während Ori loslief, um den Erzbaronenbericht zu erstatten, scheuchte Torus die schaulösigen Butler, die sich fragten, was das denn für Steine auf dem Karren seien, weg. Ich sah mich um, ob ich meine Freunde irgendwo entdecken konnte. Und tatsächlich, da kam sie auf mich zugelaufen. Du lebst! Vejaya fiel mir um den Hals. Ich schloss sie in meine Arme und drückte sie fest an mich. Vielleicht etwas zu fest für eine bloße freundschaftliche Umarmung. Doch Vejaya schien dies nicht unangenehm. Stattdessen schmiegte sie ihren Körper eng an meinen und hielt mich mindestens ebenso fest, wie ich sie. Ein heißer Schauer durchlief mein Leib. Augenblicklich vergaß ich alles um uns herum. Erst ein deutliches Räuspern seitens Diego ließ uns aufschrecken. Als ich Vejaya losließ, spürte ich zahlreiche Blicke auf mir und mir wurde klar, dass wir für eine gewöhnliche Umarmung unter Freunden doch etwas zu lang eng umschlungen dagestanden hatten. Röte stieg mir ins Gesicht, als ich nun auch noch Diegos Blick auf mir ruhen sah und bemerkte, wie sich seine Lippen leicht kräuselten. Wusste doch, dass du es schaffst, sagte er, als habe er nichts weiter bemerkt. Wir tauschten einen Händedruck, während ich erwiderte, ja, aber es war ganz schön knapp, ohne den Ring hätte ich es nicht geschafft. Kann ich den mal sehen, fragte Vejaya, während ich milden freundschaftlich auf die Schulter klopfte und mich noch einmal bei ihm bedankte. Sicher. Ich zog mir den Ring vom Finger, nahm ihre Hand in meine und legte mit der anderen den Ring hinein. Dabei blickte ich ihr in ihre großen Augen. Sie erwiderte den Blick. Einen Moment hielt mich ihr Blick gefangen. Dann schlug Vejaya die Augen nieder und zog die Hand mit dem Ring zurück. Hm, ein Ring der Lebenskraft. So einen habe ich mal Sir Siegfried, dem Führer der Paladine von Vanguard, geklaut. Ich kann mir vorstellen, dass der nützlich war. Meiner hat mir eine Zeit lang gute Dienste geleistet. Aber die sind ziemlich selten. Abgesehen von dem, den ich geklaut habe, habe ich solche Ringe nur auf dem Artefakt-Schwarzmarkt von Geldern gesehen. Woher hast du den? Milton wurde rot. Vejaya lachte. Verstehe. Sie gab mir den Ring zurück. Einen kurzen Moment lag ihre Hand in meiner. Dann nahm sie sie wieder zurück. Täuschte ich mich oder hatte sie ihre Hand einen winzigen Moment länger als nötig in meiner behalten? Aber jetzt erzähl mal, was ist im Nest passiert? Riss sie mich aus meinen Gedanken. Das war so. Erstmal bin ich zu Ian und er meinte, dass wir keine Chance hätten, weil... Was? Die Qualler haben dich nicht gefressen? Ich wandte mich um und war keineswegs überrascht, Blattwin und Bulle zu sehen. Tja, sieht so aus. Es gibt halt auch Leute, die es mit mehr als mit einer Fleischwanze aufnehmen. Ha, wahrscheinlich hast du dich in irgendeiner Ecke verkrochen und nach Mami geschrien, bis alles vorbei war, entgegnete Blattwin. Du solltest nicht immer so schnell von dir auf andere schließen, erwiderte ich kühl. Ich warne dich, zischte Bullet. Du glaubst wohl, du könntest dir alles erlauben. Pass lieber auf, sonst. Sonst was? Sonst. Blattwin legte die Hand auf den Schwertgriff. Gute Arbeit. Ori hat mir gerade Bericht erstattet. Bei Wavens Anblick ließ Blattwin hastig die Hand sinken. Danke, sagte ich. Mach nur weiter so, du wirst es weit bringen. Doch nun möchte ich, dass du deinen Auftrag schnellstens zu Ende bringst. Ich nehme an, die Eier dort sind es, die das Sekret enthalten. Ich nickte. Gut, dann bring sie auf schnellstem Weg zu Chor Kalom. Was? Aber ich bin gerade erst zurückgekommen. Kann ich mich nicht wenigstens ein, zwei Tage ausruhen, bevor ich weitermache? Kalom wird keinen Aufschub dulden. Aber Gornaran kann die Eier doch überbringen. Schließlich ist er Templer und Ich habe dir gesagt, dass ich wünsche, dass du es bist, der die Eier überbringt. Ausruhen kannst du dich, wenn dein Auftrag vorbei ist und die große Anrufung stattgefunden hat. Und dann, das versichere ich dir, wirst du für deine Mühen und Taten angemessen entlohnt werden. Ich seufzte. Also gut, ich mach mich auf den Weg. Waven nickte erfreut. Hervorragend. Hey, ihr da. Einige der schaulustigen Butler schraken zusammen, als Waven sie so direkt ansprach. Ihr werdet diesen Karren in die Bruderschaft des Schläfers zu Chor Kalom bringen. Für diese Zeit untersteht ihr seinem Befehl. Waven deutete auf mich. Die Butler sahen missmutig dreien und bereuten ihre Neugier nun sicher. Nach einem kurzen Abschied von meinen Freunden zog ich zusammen mit den Butlern und Gornaran weiter in Richtung Sumpf. Auf dem Weg hing ich meinen Gedanken nach, welche sich ausschließlich um eine einzige Person drehten. Hatten die Umarmung, die eindeutig über die Umarmung zweier bloßer Freunde hinausgegangen war und der sehnsüchtige Blick, mit dem sie mich verabschiedet hatte, etwas zu bedeuten? Oder hatte ich mir das alles nur eingebildet? Ich merkte gar nicht, wie wir ankamen und wurde erst direkt vorm Tor je aus meinen Gedanken gerissen. Als Gornaran mich darauf aufmerksam machte, dass der Karren im schlammigen Boden stecken blieb und die meisten Stege zu schmal waren. Die Novizen trugen die Eier deshalb in ihren Händen zum Alchemielabor. Die Butler wurden von mir entlassen und kehrten froh zum alten Lager zurück. Während ich die Novizen zum Labor begleidete, begegnete ich auch Lester und erzählte ihnen von meinem Abenteuern im Nest der Minecrawler. Er schien ziemlich beeindruckt. Schließlich erreichten wir das Labor. Ich nahm eines der Eier und kletterte damit zu Chor Kalom hinauf. Die anderen Eier wurden von den Novizen unter dem Labor aufgeschichtet. Was? Wer unterbricht mich bei meinen Studien? fauchte Kalom, als ich ihn endlich auf mich aufmerksam gemacht hatte. Ah, du, stellte er abfällig fest. Hatten die Templer Erfolg? Wie man's nimmt. Was soll das heißen? fragte der Alchemist ungeduldig. Dass alle Templer bis auf Gor Naran gestorben sind, weil sie sich geweigert haben, den Rückzug anzutreten. Und Gor Naran hat es vorgezogen zu fliehen, anstatt für den Schläfer zu sterben? Enttäuschend. Ich hätte mehr von ihm erwartet. Er ist nicht würdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Ein Jammer, dass ich nicht darüber zu entscheiden habe, wer sich Streiter des Schläfers nennen darf. Doch ich werde mit Kor Anga sprechen. Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass mir dieser Tor zuhört. Wahrscheinlich wird er noch sagen, dass Gor Naran richtig gehandelt hat. Pah. Manchmal frage ich mich, weshalb Iberion einen so unwürdigen, die Krieger des Schläfers führen lässt. An Iberions Stelle, meinst du das etwa ernst? Die anderen Templer sind für nichts gestorben. Dank ihres Fanatismus hat euer Lager nun nur noch halb so viele Krieger. Du solltest lieber froh sein, dass wenigstens einer schlau genug war zu fliehen. Was? Du wagst es? Du Ungläubiger, du bist nur ein kleiner Wurm, der hier geduldet wird, doch dem die Wahrheit verborgen bleibt. Einer von vielen, die nicht erkennen wollen und sich dem wahren Glauben verschließen. Eine solche Anmaßung steht dir nicht zu. Und nun kein Wort mehr. Sag mir lieber, ob Gor Naran wenigstens das Sekret mitbringt. Ich beschloss, dass es besser sei, nicht weiter mit Kalom zu streiten. Auch wenn ich ihm gern die Meinung gesagt hätte. Raven wollte ein besseres Verhältnis zur Sekte und das würde ich nicht erreichen, indem ich ihren zweiten Mann verärgerte. Wir konnten das Nest auslöschen und die Eier der Minecrawler bergen. Sie scheinen eine große Menge des Sekrets zu enthalten, erklärte ich und hielt das Ei in die Höhe. Lass sehen, fauchte Korkalom und riss mir das Ei aus den Händen. Er ging zu einem der Tische, bohrte mit einem langen, spitzen Metallgerät ein Loch in das Ei und hielt es dann über eine Schale, die auf dem Tisch stand. Ein zähes, dickflüssiges Sekret ran in die Schale. Endlich, sagte der Guru, eher zu sich selbst und ein fanatisches Schimmern erschien auf seinem Gesicht. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Ha, die Eier also. Heißt das, die Anrufung kann jetzt stattfinden, fragte ich. Ich wollte diesen Auftrag nun schnellstmöglich hinter mich bringen. Nein, klar, du musst das Sekret noch verarbeiten, aber sonst ist doch alles soweit, oder? Ich sagte, nein. Korkalom fuhr herum und blickte mich herablassend wie immer an. Was? Aber wieso nicht? Wir mussten feststellen, dass der Fokus seine Macht bei der Erschaffung der Barriere verbraucht hat. Er ist nutzlos. Was? Soll das etwa heißen, es war vergebens, die Eier zu holen? Habe ich mich etwa ganz umsonst fast umbringen lassen? Ist Nuras vollkommen umsonst gestorben? Ich konnte es einfach nicht fassen. Am liebsten hätte ich diesem widerwärtigen Alchemisten einen kräftigen Schlag ins Gesicht verpasst. Nein, du Narr. Hör mir zu, der Fokus kann wieder aufgeladen werden, doch leider fehlt uns das nötige Wissen. Ich seufzte. Und in welches Erdloch soll ich diesmal hinabschweigen? Schweig und hör mir zu. Es gibt da ein altes Buch, einen Almanach, in dem das nötige Wissen enthalten ist. Und wo finde ich den? Er befand sich bis vor kurzem im Besitz der Feuermarkt, ja. Jedoch habe ich ihn, Choristo, für ein stattliches Sümmchen abgekauft. Wo liegt dann das Problem? Der Novize Talas, der den Almanach vom alten Lager hierher bringen sollte, wurde unterwegs überfallen. Und von wem? Er sagte, es seien schwarze Goblins gewesen. Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Talas hat mich enttäuscht, doch ich habe ihm noch eine zweite Chance gegeben. Sein Auftrag ist es nun, den Almanach zurückzubringen. Doch bis jetzt ist er noch nicht aufgebrochen. Er sucht Leute, die ihm bei seinem Auftrag helfen. Und das soll ich jetzt machen? Fragte ich seufzend. Du hast doch um eine Aufgabe gebeten. Du wolltest doch bei der großen Anrufung helfen. Ja, ja, ist ja schon gut, sagte ich und fügte im Gedanken alter Sack hinzu.